Hallo und herzlich willkommen zu den JFrog News. Heute ist der 18.8.2020 und wir werden uns um die Neuigkeiten aus dem Hause JFrog kümmern. Mein Name ist Sven Ruppert und ich werde dir auf einer zweiwöchigen Basis sagen, was wir alles so an Produktneuigkeiten, was wir alles an Eventneuigkeiten und sonstigen Dingen aus dem Hause JFrog zu berichten haben. Fangen wir an mit X-Ray. X-Ray, die letzte Version ist 3.8.0. Was haben wir alles in den letzten Versionen dazugekommen? Seit der Version 3.6 haben wir einmal Scheduled Background Tasks und wir haben die Priorisierung von Scan-Events, damit du dieses einfach anpassen kannst an deine Bedürfnisse, wenn du die Installation zum Beispiel selber Host ist. Dann haben wir eine große neue Sache jetzt mit der 3.8 bekommen, das sind die Vulnerability Reports. Das heißt, du kannst diese Reports nicht nur in der WebUI sehen oder in dem IDE-Plugin, zu dem kommen wir gleich noch, sondern du kannst auch gleich in der WebUI dann Reports generieren und als CVIs oder PDF exportieren. Wir haben Multi-License Permission Approach, damit du mit your licensing besser klarkommst in deiner Definition, wenn es um die Reportings geht. Und wir haben Metrics API und zwar im Openmetrics Format. Damit bekommst du all die relevanten Systeminformationen raus und kannst sie gleich weiterverarbeiten mit dem Werkzeug deiner Wahl. Als nächstes werden wir uns anschauen, was das IDE-Plugin alles Neues hat. Und hier beziehe ich mich ganz explizit auf das IDE-Plugin für IntelliJ. Wir haben die Version 1.6.2 gerade draußen und was gibt's Neues? Also, du kannst jetzt hier direkt, wenn du den Report unten im Tree siehst, ein Exclude aus deiner Maven-Dependency anstoßen mit rechter Mausklick und Exclude Dependencies. Wir können die Connection Details jetzt aus den Environment-Variablen auslesen, sodass du sie gar nicht erst in deiner IDE speichern musst. Und dann haben wir natürlich Convenience-Funktionen eingebaut, wie zum Beispiel Navigiere direkt zur Deklaration dieser Version, wenn du was in deinem Vulnerability Report siehst und dann speicher die View-Filter ganz einfach, damit du es nicht ständig neu machen musst. All das werde ich allerdings in einem dedizierten How-To-Video, was demnächst rauskommt, noch ganz explizit erklären, wie das Ganze rein praktisch aussieht. Dazu komme ich aber gleich. Als nächstes, wenn wir uns Artifactory anschauen, die aktuelle Version ist 7.7.0. Und was haben wir alles? In der Version 7.6.1 zum Beispiel gab es Support for Elpan Linux Repositories und wir haben die Multi-Faktor-Authentifikation für die Cloud-Installation als auch die Event-Webhooks. Aber was ist jetzt das große Neue bei der 7.7.0? Wir haben GraphQL Beta endlich draußen. Das heißt, du kannst jetzt anfangen, dieses auch selber auszuprobieren. Auch Artifactory unterstützt hier die Metrix-Support, das Open Metrix-Support für das Metrix-API. Und für alle, die die mit MPM zu tun haben, schaut euch an, die Indexgeschwindigkeit ist dramatisch verbessert worden. Wenn du da mehr wissen willst, dann schau dir einfach an unter bit.ly slash jfrog-artifactory-news. Da habe ich dich direkt zu den sehr detaillierten Release-Informationen verlinkt. Jenkins. Wer Jenkins benutzt, kennt auch das Jenkins-Plugin für Artifactory. Was haben wir jetzt Neues dazugekommen? Dazu gekommen ist Support für Parson-Build-Info, Newgrade und .NET Core-Build-Info. Und für alle, die eben das Configuration-S-Code-Plugin verwenden, das wird jetzt auch supported. Ein sehr kleines, aber sehr mächtiges Werkzeug ist das jfrog-CLI. Damit kannst du auf der Command-Line so ziemlich alles machen, was du ansonsten über die Web-UI oder über das REST-API machen kannst. Und da sind jetzt noch weitere Funktionen hinzugekommen, und zwar das Managing Permissions in Artifactory. Das heißt, das kannst du jetzt on the fly machen, als auch die Promotion von Docker-Images. Wir haben nicht nur News zu unseren Produkten, sondern wir haben auch jede Menge Webinars. Eigentlich sogar ein bis zwei Webinare pro Tag teilweise. Das heißt, ich gebe dir unten den Link zu den Webinaren, die wir alle machen. Die sind frei. Registriere dich und habe eigentlich täglich ein Auge drauf, weil es wird ständig erweitert. Was haben wir in den nächsten zwei Wochen dort? Zum Beispiel am 18. geht es um Kubernetes. Dann am 19. für zwei Zeitzonen. Das ist übrigens wichtig. Manchmal haben wir Sachen eben an einem Tag, aber zu zwei verschiedenen Zeiten, damit wir verschiedene Zeitzonen abdecken. Oder manchmal ist es auch so, dass wir das an verschiedenen Tagen in den unterschiedlichen Zeitzonen machen. Also es lohnt sich, wenn du irgendwas siehst, es nicht in deiner Zeitzone einfach mal ein bisschen weiter zu blättern. Vielleicht ist es dann als nächstes dabei. Ansonsten schreib uns eine Mail und wir sehen zu, was wir machen können. Dann also am 19. Best Practice for BinOps. Am 20. Cloud Native CI-CD with JFrog Pipelines. Am 25. und 28. August gibt es ein DevOps 101. Für alle die, die japanisch können. Da gibt es ein Event mit CircleCI am 25. August. Dann mich könnt ihr sehen am 25. und am 27. August. Und zwar DevSecOps Best Practice with JFrog. Und dann am 26. gibt es ein Hands-on Lab, wenn du da praktisch einfach mitmachen möchtest. Am 26. gibt es was in Verbindung mit Splunk. Am 27. was wir gemacht haben, zum Beispiel bei AppsFlyer. Am 1. September für alle die, die mit CC++ arbeiten. Dort zeigen wir eben, was wir mit Artifactory in dem Bereich alles machen können. Und am 2. September gibt es noch was zu Design-Pattern für, ja, letztendlich für die DevOps-Strategie. Also es lohnt sich, da einen genaueren Blick hinzuwerfen. Die jeweiligen Beschreibungen der Webinare findest du dann da. Dementsprechend schau dort einfach mal vorbei. Wir sind nicht nur in Webinaren aktiv, sondern wir sind natürlich auch virtuellen Konferenzen oder, wenn es wieder erlaubt ist, auf normalen Konferenzen. Die nächsten Events, die mir gerade bekannt sind, ist einmal am 18. 08. und zwar ist dort ein Event bei der Java-User-Gruppe in Israel. Und dort spreche ich über JUnit 5 Test Custom Engines oder Custom Test Engines. Am 19. 08. also wir sind auch auf der KubeCon, nicht nur mit dem Boot, also virtuell, sondern wir haben auch einen Talk und zwar am 19. 08. von meinen Kollegen Baruch und Kat. Die werden über DevOps-Pattern und Anti-Pattern reden. YouTube. Auf YouTube gibt es nicht nur die Jackfrog-News, sondern ich habe da auch noch zwei Kanäle und diese einmal in Deutsch als auch in Englisch. Also wenn du einen englischsprachigen Kollegen hast, dann kannst du ihm sozusagen immer die englische Variante gleich mit empfehlen. Am 14. 08. habe ich DevSecOps und zwar über How to Hard and Body in Flow. Es geht schlicht und ergreifend darin, wie analysiere ich so ein Open-Source-Framework und wie kann ich das gegen Known Vulnerabilities eben abhärten. Am 24. 08. da gibt es ein Jackfrog-Howtos und zwar über das X-Ray IDE-Plugin. Dort werde ich ganz im Detail zeigen, was man mit dem IDE-Plugin alles anstellen kann und am 28. 08. werde ich etwas darüber erzählen, wie man Rebuilds los wird und wie man True Immutability erreicht. Unten habe ich nochmal die Links zu meinem YouTube-Kanal aufgelistet. Da einfach mal drauf schauen. Wenn du all das einfach selber ausprobieren möchtest, dann geh doch einfach zu jfrog.com slash start-free und dort kannst du dann direkt loslegen. So, das war es für heute. Heute am 18. 08. 2020. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Einen Daumen hoch und ein Subscribe würde mich sehr freuen. Ich bin in zwei Wochen mit JFrog News wieder da und bis dahin viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr Fragen habt, einfach mich anschreiben. Per Twitter ist am einfachsten und ansonsten viel Spaß noch und probiert es aus. Bis dann!